Ich bin jetzt seit 27 Stunden und 58 Minuten in-game. Hat ein bisschen gedauert, bis die Gilda auf 40 war, aber wir sind jetzt endlich 40 und wir können endlich Gnome Regan gehen. Und wir gehen da komplett ohne Geist oder irgendwas rein. Wird vielleicht ein Clown-Fierster, aber mal sehen. Wird schon werden. Da ist Eingang. Rein geht's. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ah, ich hoffe, das wird gut. Ich hoffe, das wird gut, Leute. Da wären wir. Warte mal. Das ist andere Musik. Das ist nicht die Original Gnome Regan Musik. Kann es sein, dass es nicht die Original Gnome Regan Musik ist? Normalerweise war ihm dieses Kitschen, dieses komische, wirst du? Das ist sie nicht. Ne. Jetzt geht's los, ja. Ich hab so Bock. Want to buy Shaman Buff. Magst du mir Alpha-Ding geben? Ich brauch Alpha-Bar. Okay, ich muss ein Whispern. Ich glaube, er hat das Aspekt auf das Alpha oder so. Ich krieg ihn einfach nicht. Brech. Simon. Meine Maus geht gar nicht. Warte mal, ich... Meine... Mein Discord geht gar nicht. Aber ich hab gar nicht... Ich hab die mich nicht gehört. Meine Prostotalk-Taste war kaputt. Glück. Das ist der Stahl des Raids, ja. Geht gerade los. So. Also hier links müsste der erste Boss gleich sein, ne? Right. Okay, Akku kann ich ganz gut halten, muss ich sagen. Okay. Das geht ja. Ich denke, hier müssen wir rein für den Typ mit dem Rupp-Ding, ne? Jetzt hab ich den Buff vom Shaman, jo. Oh, dieser Shaman-Buff ist so geil, ne? Der ist ja so nice. Oh. Neat. Hä, das ist vielleicht ein Token. Wer weiß das? Weißt du, ob das ein Token ist? Ich glaub, der Scheide wird pumpen. So. Sollen wir baffen oder so? Oder sprechen wir einfach an? Beim alten Boss war das so, da sind die Steine hier aufgegangen, rechts und links. Und dann kamen da Leute rausgelaufen, so Trocks. Und dann hat sie das hochgesprengt wieder. Und am Ende kam der Boss Trock rausgelaufen. Und wenn sie das hochgesprengt, dann darf sie nicht unterstehen. Im Endeffekt. Ich würde sagen... Aber gut. Ich schau mal den Boss an, ne? Äh, ich werd, glaub ich, erstmal mit Tän Schild reingehen. Schild ist der Start. Mal gucken. Boah, das Event dauert aber immer so lange, ne? Wenn das Event immer so lange dauert, muss man dem Speedrun den Shurken oder so vorschicken, um es zu starten. Das ist der neue Raid, genau. Weil es dauert super lange. Das kann auch sein. Oh, das ist neu, dass das hier zugeht. Das ist neu, das ist neu. Die machen nichts. Und da kommen dann zu Gernzeit diese Wellen raus, oder wie? Ich hab immer so ein bisschen Angst, da runter zu gehen. Unter dieses Ding. Ich glaub, bei denen kann ich noch double wheelen, oder? Ich hab immer so super Angst, da runter zu gehen, weil ich Angst hab, dass das Ding einschlötigt, ich sterbe. Wie ein HCW, okay? Das war immer Horror. Ich hab so viele Leute in HCW wie hier verloren. So, so viele. Oh, zweite Seite. Oh, da kommt eine Giftwolke. Ist klar. Oh, die kommt hier uns hinterher, ne? Er steht mit dem Rabbiter-Pock. Er steht mit dem Rabbiter. Er hat einfach nicht mit dem Rabbiter da drinnen rumgedreht. In der Wolke. Hier kommt so, die Wolke läuft auf jeden Fall. Okay, die Bomben. Okay, die Bomben in die Luft, wenn die da reingehen. Da können wir welche? Ja, da können wir doch... Kommt ihr da rein, Dings, oder? Geht ihr da rein? Boom. Ja, das ist ja chillig. Aber wo bleibt der Boss? Da ist er. Strahlung macht er. Warte, Strahlung. Der furzt. Sauer? Ja, sauer. Er steht auf dem Leck rum. Shadow macht Damager. Leute, neue Patch. Shadow ist jetzt so Blaster-Klasse. Okay, der furzt. Also Strahlung ist so ein Furz. I see. Leute, die Castler machen richtig Blasten. G, G, G. Uh, Castler-Loot. Oh, der lebt noch. Also machen wir Gier auf die Dinger, ne? Castler-Loot. Aber es ist gut, die Castler-Blasten komplett rein. Holy Moly. Junge haben die Castler gehauen, oder? Not bad. Ging das zu Healen eigentlich? Ja, ne? Aber ich bleibe halt trotzdem Schild an, denke ich. Und ja. Das war's, ne? Junge, Castler machen Damage. Ist das cool, oder nicht? Weil man das Shadow-Damage macht. Also ein normaler Gnome-Regan-Weg, weil wir gehen zurück und dann gehen wir, glaube ich, runter, ne? Ah, okay. Okay. Supergeiler Bossfight. Hat mir gut gefallen. Auf Healing gehen ist der Dritter. Ja, der war Ravager, ey. Bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ravager. Ein ganz bisschen. Geht ihm auch auf ihn? Ne, das ist sehr mit ihm. Ich dachte gerade. Wann ist ID Reset? Wir gucken mal. ID Resetet in vier Tagen und fünf Stunden. Also. Das geht noch. Hier rein, oder? Ich weiß nicht, wo wir reingehen. Wir gehen aber weiter hier. Wird schon irgendwie werden. Achso, der Shadow, dass der pumpt, ist super nice. Das feier ich so extrem. Ich weiß nicht, wo wir reingehen. Der Wildstruck, ich glaube, Wildstruck ist besser, weil das besser skaliert. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so pumpt. Ich meine, so Cleaver ist natürlich, kriege er Ballert rein, ne? Ich weiß nicht. Ähm, Weed Strikes Das hat eine Skalierung mit dem Level Das skaliert automatisch immer auf das Level mit hoch Weil es eine Rune ist Und das Windfury Totem hat einen Level, wo du es lernst Zum Beispiel Level 34 Weil das ist immer nur so gut wie ein Level 34er Windfury Also, und dann hast du bei Weed Strikes Weed Strikes skaliert mit Dem, ich glaube, prozentualen Und Windfury hat eine Flat Value Angeber Ich habe das Ding nie gesehen Ich habe damals im Classic 12 Stunden WG bei RBK gefarmt Nie gehabt Geht mein Ding wieder nicht? Sind wir richtig, ja, ne? Bin früher einen anderen Weg gegangen Wir fragen jetzt beide mein Bild Das ist meine Rune Warte mal hin Okay, mein Häusen-Pott ist weg, oder? Ich habe direkt wieder einen rein Zack Der wird irgendwie aufgehört Oh, wir sind hier Ist hier nicht das Ding mit Ding genug? Wie hast du geschlafen? Gar nicht, habe ich gepenntet Ich werde wach bleiben bis zum Raid Deswegen sind wir hier Aber die Musik gibt es hier nicht Die Gnome-Rikan-Musik Das war ein richtiges Klimper Können wir hier oben rein eigentlich bei den Gnome? Mhm Vehw Mhm 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 den weg die niden wir oh da können wir hoch ich glaube der ist für eine Escort Quest den können wir nicht töten das ist ein gesunder glaube ich hier ist dieses Ding hier ich habe nicht dieses Ding hier gefunden das hier die Schmutzobjekte da ist was drinnen was habe ich jetzt bekommen was habe ich jetzt bekommen ich habe gar nichts gekriegt naja oh da ist das Token Ding da ist ein Token Ding Token Token jetzt habe ich so ein großes reingepackt ja aber ich habe gar nichts bekommen davon oh doch Leder kann ich nehmen weird ich habe nichts wiederbekommen naja ich habe reingepackt aber ging nicht was ist das nicht die Lochkarte ist doch Ali quest oder nicht so hier müsste doch aquanis sein oder also jeweils damals mal diese elementar umgerannt oder kontakt war es den darüber wo machen wir denn am besten hat er auf jeden fall größer als früher er ist ein bisschen größer ich muss noch mal eine rune erinnern wir nehmen mal fuhuhr mit kurz ist ein bisschen älter geworden ist ein bisschen auseinander gegangen man kennt es von sich selber der gute was meint ihr wenn wir den pullen meinte der ganze raum kommt der ganze raum ich denke schon das ist equipment ist hier equipment color frame oder sowas und das mit der rune ist ein week hour kann ich nach dem raid schicken wenn du magst im raid gerade ein bisschen schwierig colored inventory items ist das mit dem ding in welchen entbiet sie anquatsch um nicht am blue moon teilzunehmen in booty bay steht in troll rum ich kann ihn überhaupt stehen lassen theoretisch meint ihr sonderklepp lohnt sich jetzt das wird ja noch mal gebufft ne ich meine das rentiert sich mittlerweile ich glaube ich stehe im gift drin auch ich meine der schade ist gar nicht so wert hier reinklappen wie hieß die fähigkeit kettenbrand oder so ne was er gerade gemacht hat sind mana bürn kettenbrand wo ist der buster vor allem ja ich glaube ich glaube ich werde der beste durchspiel dieses dieses diesen den dungeon macht mich irgendwie wenn das fehl gepolt wird ist es sicher so was kommt der shadow der ist maschinen shadow classic sodass wird im classic direkt im launchland gezeigt du musst classic reingehen ja da musst du rein dann saisonal steht dann da ne ähnlich macht ein shadow ketengeler mehr so ist es ja will man die go der mage spielt glaube ich feuer ja so wem Okay, irgendeinen Glibber beschwören. Okay, da kommen Schleime raus. Ja, die muss ich jetzt nicht wegziehen oder so. Ich zieh die mal lieber weg davon. Okay, wenn die Schleime nicht getötet werden, kommt ein Elementar, der super reinsprayt. Holy moly. Da hinten steht noch einer. Okay, wenn die Dinge rauskommen, müssen die sofort sterben, die Kleinen, die rausfliegen. Das ist eine coole Mechanik. Also da kommen so kleine Vieche rausgelaufen. Die müssen sofort weghauen werden. Sonst werden die zu großen. Und dann ist RIP. Wipe Nummer 1. Mal gucken, die liegen da Schaden. Also wenn das durchkommt, die dürfen nicht durch. Gar nicht, gar nicht. So. Da ist der Boss. Oh. Kommen sie alle runter. Genau, wir haben jetzt nicht schnell genug getötet. Also nicht realisiert, dass die dann getötet werden müssen, so schnell. Da bin ich dann reinblasten. Wo ist mein Trinket-Menu? Ist irgendwie weg. Nature-Port-Port haue ich mir noch rein. Geh mal hier runter. Jetzt wissen wir, was er macht. Im Endeffekt kommen da so Viecher raus und die haben wir kurz weg. So, ich würde sagen, wir pullen wieder. Ne, Dings. Out of Mana. Der muss noch trinken. Aber ich würde sagen, wir wollen den hier in der Mitte hier machen. Auf der Plattform. Ich glaube, das ist am besten. Und gehen die Ads nicht wieder so komisch zur Not. Ja. Da, vorhin war halt ein Ad-LOS irgendwie so komisch. Na, egal. Aber keine Ads kriegen. Sind in der Gilde Zuschauer? Das ist keine Zuschauer-Gilde. Das ist eine Gilde von alten Kollegen aus Classic-View. Jo. Ich bin komplett woanders gewesen. Ja, komplett woanders. Da kommen die Viecher. Die machen, die halten aber gut aus, ne? Einer ist durchgekommen. Wir müssen noch kicken. Ja. Also, Damage machen die Bosse nicht. Muss ich sagen. Und nach 100 Schaden macht er nie. Ich muss ihn immer weiterziehen, oder? Kriegt er Gift-Schaden? Milis kriegt er den Gift-Schaden, ja, ne? Ich glaube, ich muss ihn immer durchziehen. Neue Glibbers. Okay, die Nova hält die auf, die Dinger. Wenn die in der Nova sind, dann wird es aufgehalten. Uh, der Healer-Kolb ist drin. So viel Caster-Loot. Holy moly. Alter, wir haben so viel Caster-Loot. Der Healer-Mace ist insane. Wie geht's halt? Vielen Dank. Wo gehen wir lang, ist die Frage? Würde ich hier lang gehen. Gehen wir hier lang? Ich glaube, wir gehen hier lang, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen da haben. Weil andere Seite waren die Gnome. Boss number two. Aber der hat wirklich kein Damage gemacht. Der hat gehittet für 50. Diese Dinger-Kolb droppen ja sehr viel. Was mir nicht, was sie bringen. Ich glaube, wir gehen hier. Shadow, der pumpt so rein. Ja, Trash macht mehr Schaden, als der Boss gerade. Definitiv. Also, den kannst du dual-wield tanken. Den ersten Boss, denke ich, kann dual-wield. Der zweite kann dual-wield. Und der dritte mal sehen. Uh, irgendeine Sicherheitsladung. Der zweite. attending南 Oh, also ich dachte, das wäre ein Boss gewesen. Ah, wen haben wir jetzt da? Wir haben zwei down, ne? Ein Token ist noch nicht gedroppt, oder? Nein, 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 nein. Ich habe echt das Gefühl, wenn ich Wanderkleppe durchspam, dann kann ich gegen den Agro-E, Agro-E, A-O-E, Red halten. Ich drücke mal auf den Teleporter, ja. Den Bot. Läuft gut, ja. Wir sind einmal gerade gewiped. Mechanik halt nicht gewusst. Aber das ging. Also die Bosse machen halt kein Damage, muss man sagen. Also du brauchst wahrscheinlich nicht wirklich tanken, sage ich mal. Welche Klasse mischt oben frisch mit Shadow-Prisse? Shadow-Prisse ballert richtig rein. Mage-Warlock war auch gut. Krieger immer. Hunter gar nicht so, aber Hunter war auch, glaube ich, mini ein bisschen stärker. Äh, Ro kommen wir nicht dabei. Lohnt sich BFD für XP? Ja. Gib dir ein halbes Level. Ist der alleine? Also wenn du hier wirklich Speedrun machst, du wirst hier riesige Big Puls haben, ne? Also, 100 Mobs oder so. Äh, Bosse sind, die machen kein Damage. Also die Mechaniken sind cool. Ja, die sind sehr cool, die Mechaniken, das ja. Also sind das so Classic-Mechaniken. Ich würde sagen, die Mechaniken sind schwerer als den Molten Core. Ähm, aber die machen keinen Schaden. Also gerade, wir sind bei einer Mechanik gestorben, nicht an dem Damage vom Boss. Der Boss haut zu wie eine Wet Nudel. Der hat legit, der Boss hat 50 Schaden gemacht. Das war's. 50. Bist du süchtig? Ne, ich hab Sturm für eine lange Weile. Das ist die Problematik. Das ist die Problematik. Äh, da hab ich intern. Ich brauch noch zweiter Waffenskill nämlich. Danke. Ich bin gerade eingefallen. Was bin ich, wenn du tot und nice find, die ziehen nur so einen Laserstrahl unter sich her. Und die ziehst. Hooboskling auch mal ausprobieren auf dem Warrior. Wie ich gerade. Aber ich sehe gerade keinen Sinn darin, einen Duel-Wields anzuziehen. Ich denke, nächsten Mal werde ich mehr Duel-Wielden, aber den ersten Mal will ich erstmal die Bosse kennenlernen. Genau wie ein BFD. First Run BFD, also mit Schild rein. Ne, alles kennenlernen. Und nächster Run werden wir dann, denke ich, full Fury-Bot reinhauen. Oh, da hatten die gesagt, bei dem, dass du irgendwie Leute runterknockt, ne? im Interview. Schlägt da zu, was meint ihr? Nein, ich habe dann zweimal den Seiden dran genommen. Auf die Füße ach. Das ist die Frage. Er ist ein Feuermisch. Go, go. Wird schon werden, ne? Ist das ein Hard-Header mir, ne? Sag, einen würde ich mir mal wünschen. Uh-ha. Uh-ha. Was sind das für Bomben denn? Was sind das für Bomben? Machen die irgendwas dahinten? Die sind böse. Jo, die lassen die alle weg, Yulton. Unser Lied hat gefragt, ob sie besorgen sind. Und der nächste. Und der nächste weg. Das ist... Hier sind nämlich viele Leute, ne? Oh, der nächste weg. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ne. Der nächste. Ne. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Ihr seht. Oh, Leute. Und der nächste. Und der nächste. Ja, wie hat der Schamin jetzt überlebt? Das war ja... Das war ja... Ah, ich finde ihn geil. Ich mag den Boss-File. Da wird so lustige Clips noch von geben, ne? Ja, der macht 100 pro Akku Reset auf seinem Nock. Ich glaube, ich verliere Akku ein bisschen, wenn der... Und der haut ein bisschen hart rein. Also, no joke. Der hättet echt ein bisschen rein. Die Klaue. Jo, er hat mich irgendwie gefasst. Ne, er hat mich einfach hochgenommen. Mit einem Titan-Grip-Symbol. Bin ich wieder draußen. Jetzt will mich Julian weg. Aber wie mache ich die Klaue? Kann ich da irgendwie... Aber was kann ich mit der Klaue machen? Kann ich ja wegrennen? Ja, die Wunden hab ich nicht. Hat nur ein Ding, glaube ich. 33.000 Ich hab nichts, wo ich reingehen kann. Bei der Klaue. Aber ich kann da nicht weggehen von. Also, irgendjemand muss mit der Klaue abtauen, wenn ich da drin bin. Ich weiß nicht, was ich mit der machen soll, sonst... Nein. Aua, aua. Aber die Klaue hat er erst ganz am Ende gemacht, ne? Also, wäre nicht 100 Leute weggeworfen worden und weggegeben. Also, aber Leute, ne? So, machen wir aber jetzt, ne? Ich würde noch einen neuen GS nehmen, aber... Wenn er mich schnappt, stelle ich eine Puppe. Benni, willst du Dings machen, denen Dings schaut, dann mach ich Battleshaut, das ist dann entspannter. Weil ich hab nen Improved Battle. Muss ich halt immer beides mit meinem Ding backen. Aber ich muss sagen, der Boss hittet ein bisschen, das finde ich gut. Der schlägt ein bisschen ins Gesicht rein. Mit den Tribünen ist richtig nice. Danke und follow. Ein Wunderschönen. Hier kriegst du das Blatt. Der Fronted zerstört die Tribünen, wäre nice auf jeden Fall. So. Sommer. Gut. Gib ihm. Aber der kritet schon gut rein, ne? Das finde ich gut. Der hittet so 400 und non-krit. Und kritet fast ein 1000. Ne. Ne. Irgendwann wieder weg. Und wenn man hier an der Seite steht, immer an der Seite vom Fuß, kann eigentlich nichts passieren. Right. Wenn du in der Mitte stehst, ist Ripper, wenn du an der Seite stehst, ist es immer... Da ist irgendwie... Oh, kannst du mir Shaman-Buff noch geben für den Thread? Ich geh mal hier an der Seite. Wie gesagt, an der Seite, da ist glaube ich Chilly. Guck mal, der kaut wirklich die Goblins runter. Und der hat super eine Thread-Reduzierung. Ich werde mir erstmal ne Puppe stellen, ich will es mal testen. Also wenn er diesen Hitt macht, resettet er sich auf 100 Thread. Im Endeffekt musst du Klaue healen, dann wird der Akku wieder ungedingst. Ja, also die Klaue muss, glaube ich, heilen und dann ist er im Akku resettet. Ah, der haut mal richtig zu, finde ich gut. Wir haben zwei Threads dabei, ja. Uh, die schildern. Spielt man die ja, ne? Kannst du auch gerne mit drauf rollen, dann wird sie auch Fiori spielen und damage, ne? Ich habe halt keine Ahnung, was später Biss wird. Ja, jetzt aber bald drauf rollen. Ich kann nicht mal Faustwappen leeren. Geht's nicht. Also beim zweiten Mal geht's dann. Aber der hat gut zugehauen. Ich finde, so sollte natürlich, so und auch passen. Natürlich hat Tankswappen, ich glaube nicht, dass du zwei Tanks brauchst, aber wenn wir sehen. Guck mir dann. Ich glaube nicht, dass später der... Ich glaube, diese Epic-Dagger wird zum Tank-Offhand ein Biss sein. Genau, weil der ist der höchste TPS, äh, der höchste Damage-Decker, ne? Also DPS. Ne, ne, aber DPS mal nicht. Soll ich nicht versprechen? Gut, wir haben ein Item. Und ich habe keine Faustwappen gelernt. Ja, Gäser habe ich noch. Gäser, Gäser, Gäser. Wie viel schnell ist man durch das Mount? 60%. Und da hat es eine Weltveränderung. Wie sagt ihr das? Aber der Meute-Verprügler, der müsste auch noch... Ne, das war der Meute-Verprügler. So. Hier lang? Oder aus? Aber hier lang gehen. Aussätzige Verteidigerin? Danke, Oli, für den Follow-Dank. Ah, der Boss hat endlich mal gehittet, ein bisschen. Non-Hit 500 und kriegt 990, also. Er hat Solo-Gehalt, ne? Nevermind. Also da ist zu. Zweihand- oder Duel-Rate-Level? Ähm, im Dungeon auf jeden Fall zweihand. Und Open-World kannst du Duel-Rate spielen. Wenn du ganz gute Waffen hast, geht das echt gut, finde ich. Aber das Ding ist, mit Duel-Rate, Open-World, du willst eigentlich, wenn du alleine questest, willst du eigentlich hier Siegesrausch mitnehmen. Darum mal sehen. Der Shadow Damage, also die Caster machen allgemein gut in der Wunsch, ne? Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, die werden ganz gut reinhauen. Das wäre schön. Ich würde sehen können, ja. Wir haben drei Bosse down gerade. Ah, hier ist der alte Meute-Ding gewesen. In der Arena. Also der Realm-O-Mann, ne, die. Ne, wisst ihr, ich meine. Also den Mob, den wir gerade getötet haben, der stand normalerweise hier. Also. Ich glaube, die haben einige Bereiche einfach abgesperrt, ne? Okay, da unten ist noch ein Boss. Elektro-Tudo. Genau, der war hier früher. Tiger aktualisieren. Jetzt. Gute Idee. Danke, Child-Gröte. Ohne Spaß. Dieser Boss, der da weg noch, ne? Das wird so lustig werden noch. Also in Random Raids, da werden so viele Leute wegfliegen. Holy moly. Ne, unser Shaddle gar keine Warnung. Allein durch den Shaman, ne? Der Shaman macht irgendwie jede Minute über ein Tausender Mana weg. Ich hoffe, die zwei an der Axt stoppt. Wie erwische. Je mehr wir davon finden, desto mehr die Chance ist, wie die bekommen irgendwann. Okay, da ist ein Fahrschule. Boah, ich bin so froh, Leute, dass hier keine Musik ist. Ich bin so froh, dass die keine Gnome Regalmusik reingenommen haben. Also das ist, glaube ich, mit die beste Änderung. In SUD. Okay. Besser geht es kaum. Steuerung N. Musik eingeschaltet. Es gibt aber hier keine Musik. Die ist raus. Gibt es nicht. Ich habe den ganzen hier. Musik. An. Musik, Musikschleife. Irgendwie ist es verbuggt oder ich habe keine, ne? Musik. Musik. Aber jeder Boss hat so einen Teleporter, das ist eigentlich ganz cool. Er läuft komplett im Kreis, oder? War bei dir im Raid Musik drin, ne? Hat er Musik zu hören, dann ist er ja nur bei mir keine Musik. Dann ist es verbuggt. Finde ich aber sehr gut, dass es verbuggt ist. Ich finde die Musik so schrecklich hier drin. Komisch, dann ist einfach bei mir alles verbuggt. Ich habe mich so gefreut, dass es keine Musik ist. Ab wann? 34, 33? Vielleicht haben sie es rausgenommen, ja. Weil ich habe Musik angestellt, ne? Wir klären einmal, oder? Weiche? WichtING 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 Verschwitz Wichting Wichting Leute, ich bin so müde und ich kann mich gar nicht konzentrieren. Also nicht gut. Ich bin genubert. Pat ist auch genubert. Pat ist genubert. Es kommen aber nicht alle Mobs mit. Das war ein Chain-Line, ne? 29 Stunden Stream. Aber wo geht man da hin mit dem Ding, wenn man dem kommt? Weil wenn du den zweiten kriegst. Weil wenn man anscheinend kriegt man ja doppelt Damage. Ich kann das nicht weglaufen. Also so dead. Hä? Okay, was macht man da mit dem Chain-Lightning? Weil es einfach dead. Hm. Als Krieger-Duel-Bread-Indies, würde ich nicht machen. Da ist auch ein Paypool, ne? Weird. Hm. Aber wenn alle Mili-Range laufen, fließt der 100 Promili-Range, ne? Frage ist, ich glaube, ich hau mir... Ich hau mir mal keine Konsume-Bilds rein. Ich glaube, wir werden so viel behalten noch im End-Boss. Da ist der Boss wieder. Äh, die Optik ist genau die gleiche zu halten. Das ist die gleiche. Ja, lass uns mal hochfahren. Hier so ein Mob. Lohnt der Schlafsack. Ich finde den nicer. Die Questreihe ist auch sehr, sehr lustig. Allein für die Questreihe würde ich schon machen. Oh. Ui. Knappes Ding. Kriegen wir hin. Leute, ich bin jetzt schon eine Stunde im Ding drin, ne? Im Raid drin. Ich dachte, ich bin so 24 Stunden live. Jetzt sind wir bald 30. Hilfe. Hilfe. Okay. Wir machen wohl jetzt zwei Camps. Einer vorgeschlagen. Ja, hallo Krux. Ein bisschen Dattel, ne? Gerne, gerne. Mal sehen. Aber ohne Spaß. Ich glaube, der Mist wird für Melee-App-Random-Gruppen am Anfang nicht einfach werden. Das wird nicht einfach werden, Leute. So richtige Random-Gruppen. Ja, mein Po tut auch ein bisschen weh mittlerweile. Ich glaube, der Mist ist ein bisschen weh-App-Random-Gruppen. So. Ha. Wird schon werden. No, we go. Na, Autopilot an, ja. Nicht so geil für so einen Dungeon, ne? Okay, die tauschen jetzt immer einfach durch. Damit nicht die weggechained werden, hier, oder? Die hinten aber hart, die Bosse. Oder fällt mir das nur so auf? Also, no joke. Die machen guten Damage. Also, ich finde es geil. Die machen mehr als BFD. Safe. Also, die ersten beiden nicht, aber der jetzt auf jeden Fall. Guck mal, was der reinhaut. Das finde ich so gut. Also, 3 und 4 haben wir auf jeden Fall. Ihr müsst weg von mir. Ich kann nicht überlaufen. Milis müssen aus. Das finde ich so nice, ne? AP schaut. Ich glaube, die Homunculi werden weggebraten. Sehr gut. Ne, Kickenkatz, nix hier. Ne, glaube nicht. Der Shaman-Buff gibt mir Wut. Äh, ich meine, ähm... Akku. Ey, Milis müssen weg. Ich hab drauf. Ah, so geht es. Ja, zwei Camps dann tauschen die sich immer ab, wenn der... Also, der Blitz geht immer auf den Most Range. Die... Die gehen auf Most Range. Und der Most Range kriegt den Blitzschlag. Und dann müssen sie sich immer wechseln, die Camps im Endeffekt. Das ist eigentlich nur. Ja, stimmt. Ich hab noch nicht so viel Damage, ne? Äh, nicht so viel. Ne, was ich meine... So ein richtiger Ledertank mit Dual-Wield. Ich glaube nicht, dass der hier... So hat aushalten, ne? Das ist ein Token jetzt, oder nicht? Das ist ein Set-Bust. Wollen wir da mal drauf. Die war auch easy, oder? Ja, nimm's erstmal mit. Und noch ein Highlight Club. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, hier rein, oder ins Loch. Aber so bisher, denke ich mir... Diese Koordinierung, die ist jetzt nicht hart. Ne, das machst du, das übst du einmal, habt ihr gesehen. Einmal geht's schief, dann wird's einmal geübt. Ähm... Dann geht es. Aber ich stell mir das gerade vor, mit so super-random Gruppen. Die auch schon so bei Calris Probleme gehabt haben. Ich kann mir vorstellen, das wäre ein richtiger Clown-Bierster. Die ersten Wochen. Und ich bin ein bisschen schade, dass... Äh, ich find's ein bisschen schade, dass der Raid sieben Tage nicht off ist. Also eine Woche ID hat. Der nächste Setz wird er dann, ähm... Wann ist der? In vier Tagen wieder. Ein bisschen mehr. Sehr melee-unfreundlich. Ist auf jeden Fall... Also BFD war mir die freundlicher. Shadow Priest OP. Ihr dürft nicht weg, ist in der Shadow Priest halt richtig gutes Gier, ne? Der hat alle Huhn geholt. Der hat hier... Den Epic Ring und den ganzen Kram. Aus dem Schlingdortal-Event. Links geht's 100 pro Richtung Endboss. Und oben ist abgesperrt. Aber haben wir alle Bosse down? Und wie viele gibt es? Achso, dann kommt jetzt schon Endboss. Oder wie? Achso. Achso. Ich glaube, die ganze kaputte Horn. Hallo, Nidzen. Freut mich sehr. Du kannst die kaputt hauen, die Bomben. Dann gehen, machen sie nix. Und dann noch so eine BFD im Anschluss. Oh ja. Ich kann das nicht looten. Yo, Tonga, danke für deinen Prime Sub. Im ersten Monat. Erst im Prime. Neun rein. Danke für den Support. Ein Wunderschön. Danke, danke. Ah ja, der Nullifizierer, der reflektiert eure Späts. Zumindest damals im Gnome hat das gemacht. Also wenn du einen Instant Pyro hast, ne? Okay, das ist sogar schon aktualisiert mit DBM. Aber hier ist doch gleich der Endboss, oder nicht? Oder kommt da noch was? Oder wir haben den Boss ausgelassen. Könnte auch sein. Und da unten kommt der Endboss. Alleine der Boss gerade eben. Ne, Atlas-Loot hat leider nicht richtig aktuell. Wo ist mein ganzes Gold hin? In diese Getränke hier. Und diese Puppen. Und diese形 sagt, Noch kein Mount? Doch, doch. Mount haben wir auch. Aber dann haben wir noch was ausgelassen. Der Finale kann man doch. Hier geht es mal. Auf jeden Fall sind Raid sehr, sehr streamlined gemacht. Also man kann sich nicht mehr verlaufen oder so. Das geht nicht mehr. Ähm, es müsste noch ein Ziel und so kommen, ja. Ich denke schon, letzte Phase. Wieder 40er anscheinend, ja. Aber kann sich ändern. Der Raid hat sechs Boss und vier getötet. Den Schleim, den Trock, den Robo und den anderen Robo. Vier Stück. Zwei müssen noch da sein. Ich mach mal auf hier. Äh, what the heck? Da ist ein Schaf. Ach du Scheiße. Der ist Anja. Mit den Rädern. Äh, der ist ein super Schaf. Wir haben World Buffs bei so einem nicht rausgeholt. Wir machen ohne World Buffs. Wir machen erst World Buffs raus, wenn wir merken. Wir wissen, wie der Boss geht, aber es fehlt irgendwie ein bisschen Damage. Dann nimm uns raus. Ich dachte, der redet noch so. Auf jeden Fall sind da geile Hühnchen da mit. Und dann nimm uns raus. Ja, das wird ja ein Boss sagen, oder? Der ist ein Schaf, ein Märchtschwein, ein Huhn und ein Vieh. Stx. Weil das gibt doch die ganzen Dinge als Indie-Dinge, oder nicht? Das sind alles Indie-Trinkets. Eichhörnchen. Bomben-Scharf. Bomben-Scharf. Das sind alles Indie-Pads. Alter, Schaf wird sowas in die Luft fliegen. Ja, das ist ein explodierendes Schaf. Können wir mal rein und gucken. Also Schaf gehen wir davon aus, das ist böse. Ich geh einfach mal aufs Hühnchen, oder? Na gut. Aber mal rein. Guck, guck. Okay, was ist mit dem Drachen? Der muss auch noch irgendwie. Da ist ein Ei. Der explodierendes Ei steht da dran. Und der Schaf, was mit dem Schaf? Und der macht ein Frontal. Was ist mit dem Drachen da hinten? Da ist ein Ei. Explosives Ei. Da geh ich immer weg von. Was ist mit dem Drachen, ist ja die Frage. Also, auf jeden Fall kann man die, die machen nicht so viel, die beiden. Die beiden machen nicht so viel, die Fächer. Und der Drache? Was ist mit dem? Oh, warte, was ist da jetzt? Hm. Die beiden Fächer laufen rum, machen nix. Ich hatte jetzt diese kleine Vieh und das andere kleine Vieh. Und es ging. Ja, eins ist weggerannt worden, over Aqua. Ein Kühl, die Münze, nee. Äh, ich hab vorhin das gemacht. Dann nehme ich den Drachen. Auch versuchen, ja. Ja. Das Schaf macht nix, das steht da nur rum. Macht das Sinn, den... Ich denke, den Drachen, right? Ich denke, jetzt den Drachen, richtig? Die haben sich nicht die AP geteilt, right? Macht das Sinn, den Drachen zu bürsten, wenn der so böse ist? Ja. Na gut, dann. Äh. Okay, man kann hier runter. Äh, Event, du kriegst ein bisschen mehr, nicht nur eine Marke. Okay. 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 Hallo, Maikie. 30 Stunden sind wir da, wir haben. Ich fühle mich ganz gut. Hätte ich gesagt, ich würde gerne im Boss hier liegen. Also jetzt versuchen wir mal, dass ich den Großen nehme. Ich würde den, wir nehmen jetzt erstmal den Drachen hier. Und wir haben jetzt einen zweiten Boreal, der geht jetzt auch, Tank, der und die anderen beiden erstmal. Und den Drachen muss ich, glaube ich, aus dem Raid rausdrehen. Weil die Viva und Leute, also random, sorry für den Begriff, randoms, also eine Trade-Chat-Gruppe, ich glaube, das wird richtig hart für die, no joke. So. Den Drachen nimmt sie blind. Ich habe hier noch diese Zweige. Kann man auf Mana warten? So. Kann ich? Ja, jetzt ein HP-Ding. Äh, ja. Ja, der sprayt in euch rein, der dreht sich einfach um. Komm mal her, mit dem Simon. Ich nehme den hinten hin. Mit dem� tf. Let's spray it on. Okay. Okay. Jetzt går die Wälder. kriegst mir noch einmal hoch da kommt der frontal das kann sein ja oder das ei drauf was er hinlegt das kann sein aufs ei oder so hier leben noch beide jetzt schaut doch er gibt nicht aufs ei geschottet und dann viel tot und macht einmal dick feuer schaden hallo nico aber die scheren sich nicht die app schicken wir fast da aber es geht also ich konnte jetzt auch gerade zwei nehmen weil der drach macht jetzt bitte nicht spoilern will ich bin nicht nichts von der mittel danke fürs fragen auf jeden fall ich habe jetzt drache getankt und was auch immer das andere war eichhörnchen wir können selber raus ich meine das ist ein grund wieso wir so schnell immer max wir machen dass wir alleine weg machen können diesmal war nur ein bisschen langsam sagen dieses mal haben wir ein bisschen lange gebraucht von rate ne da da einmal wanders aufgeschmissen auch ne der macht der dreht sich einfach um ich kann aber ne der dreht sich auch ne der macht dreimal alle drei sekunden 100 damage feuerschaden oder so also er macht nicht viel ne hm wo kann man die rappen dann haben wir da hinten das ist das ist da 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 ich bin jetzt auch fury geskillt das ist eine week hour für die schamane ich habe ganz schnell zeit ich schick sie dir kurz das euch gemacht wird so ein schraubenschlüssel glaube ich der ball muss waffes gehen nicht wundern dann gucken wir was ja noch mal neue konsums holen das könnte also ich nehme jetzt eigentlich entschicken ich nehme ein bisschen schicken und dann gucken wir mal dann börsen jetzt mal das schaf da aber mal gucken was passiert das war bluten und der ring ja genau Okay, go. Oh. also super schwer von den beiden jahr zu halten der daco gesettet der ist aber nicht durchgespründet wieso wieso also der hat akkurat resettet und deshalb um hila gespründet die beiden das ist auf 30 jetzt das schaf ist wohl gebombt weil die homunculi dabei waren deswegen wahrscheinlich keine munke lief auf das schaf drauf und dann hauen wir das erstmal weg und dann gucken was passiert das ist die idee dann mal sehen und dann und 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 geht wieder weg jetzt nicht runter ich krieg es nicht runter das rennt einfach auf dich rauf also das viel rennt immer runter das rennt immer runter von mir und geht auf den Healer das Eichhine geht auf den Healer ne ne aber wenn ein Town resistet oder so ist es halt und manchmal geht es auch nach 10 Sekunden schon wieder rauf also Schieb müssen wir manchmal aufhören Damage zu machen weil jetzt wenn wir die mit 3 Tanks spielen das wäre einfach jedes von diesen kleinen Viechern einzeln tanken deiner Person bei Warlock kannst du dich self sustainen gegen so ein Vieh gegen so ein Eichhörchen oder Chicken oder sowas dann lass mal 3 Tanks versuchen das geht schon ok machen wir 3 Tanks na gut 3 Tanks das schiebt kein Damage wenn es elektrisiert ist und dann go ok go drei Tanks Drei Tanks sei ich das meiner Diebe Drei Tanks die wir immer so wie glück muss ich das schicken gut w t m w Ich müsste das Eifahr töten. Chicken ist 25% gleich. Da kommt ein Ei, ich ziehe es aber vom Ei weg. Ne, das darf kein Damage-Läuch mehr kriegen. Das ist die Holy Aura. Ei? Ja, ich stürze gleich. Der Chicken muss jetzt um. Damage Stop. Der Raid ist supergeil, no joke. Ei? Scharf kommt, Achtung, Warlock. Ah, hier ist ganz hinten. Ei, sorry. Ich habe so etwas gezogen. Wie sieht es aus drüben mit dem Eichhörnchen? Ei, 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 ei. Mein Wall ist draußen. Ich habe gerade gewollt. Ich kann nicht. Ich stelle jetzt den Singen. Explosive Eye. Ich kann da nicht mehr reden. Schilder war jetzt raus jetzt, ne? Ah, es geht. Ähm, das ist ein Weaker. Oh, ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin so heiser. Guter Try auf jeden Fall. Aber muss das Ei getötet werden, wenn alle von dem Ei weg sind? Weil wenn alle von dem Ei weg sind, vielleicht muss es gar nicht getötet werden. Sonst einfach nur rumsteht. Hm. Nur vier Tanks, ja. Hm. Ja, soll ich Deep-Prod gehen? Hätte ich nie gedacht, dass Blizzard so ein Raid rausbringt. Also für Classic-VoW. Bin so gespannt, wie die die meisten Gilden da durchkommen, sag ich mal. Und ich bin gespannt, ob das Ding genervt wird. Irgendwann. Leider haben wir Schildwall raus, ne? So. Wir gehen mal. Leute, bitte kein Wexit. Danke. Mist, ich habe mich verskillt. Ich finde es eine richtig gute Steigerung, ja. Ich habe mich verklickt. So. Brauche ich theoretisch? Die Firenze brauche ich nicht für den Fight. Block. Ja. Wir machen hier drauf. Äh. Takti. Hallo. So. Hier ist jetzt die Frage. Ich habe noch fünf Punkte, ne? Nehmen wir Demo Short. Nehmen wir Demo Short. Bei Shield Bash brauche ich nicht. Das reicht eigentlich hier. Entweder nehmen wir Demo Short oder Parry. Parry. Was soll ich nehmen? Demo Short, Improved oder Parry Haste? Also Parry. Fünf. Ah, ich gehe hier drauf, glaube ich. Die ist zu hart. Ja, der Furypad habe ich gerade eben gespielt. Wir müssen deeprod gehen bei dem Boss fight. Das geht nicht. Wird zu hart. War ja gerade Furypad. Der haut mich zu kaputt. Ja. Hm. So. Puh. Okay, dann müssen wir einfach zurück. Dadurch, dass ich jetzt über 30 Stunden am Stück dieses Game spiele, dann gleich bin ich auch langsam so out of Konzentration. Sehe wie alles drin, ne? Linde muss ins Bett. Ah, es geht. Und überleg mal, das ist der vorletzte Boss. Da kommt noch mehr, ne? Das ist nicht alles hier. Hm. Ne. Also wenn jetzt nicht wird, wir haben halt Schildwand und so raus, ne? Wir haben Innere Wien raus. Äh, wie lange ist Anregen bei euch? Ja. Erstmal Ready Check. Ah. Äh, warte, ich bin mal schon. Ich mach, ich mach Chicken und Eichhörnchen ist hier Rahmen, ne? Ja. Äh, Trannel braucht Stamina. Ich hab auch kein Stamina. Gut aufgefallen. Ja. 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 Braucht der Willer-Wandler-Stamina, ja, ne? Hm. Hey, nach 21 Stunden. 31, weiß, wer es heute toppt. Juck. Wahrscheinlich schon. Ja. Röne ziehen. Gib ihm. 5. 4. 3. 2. 1. 4. 3. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 10. 7. 8. 10. 11. 6. 7. 8. Ich weiß nicht, wo das immer rauf geht. Jetzt hat es mich zweimal getroffen. Jetzt habe ich kein Dingschart. Jetzt aufhört. Kann das sein, dass der wirklich auf den Chicken zielt? Ihr könnt jetzt auch schon mal auf den Chicken vielleicht tauchen. Ich bin das so geil, dass du einen Tank brauchst, der tankt. Ist das nice, oder nicht? Ich habe genug Akku auf dem Ding. Ich werde Revenge machen. Ich könnte jetzt schon mal auf das Eichhörnchen Bull gehen. Ich hoffe, so sehr die Bosse werden so bleiben, dass man einen Deep Brot braucht. Ich meine, ich mag sehr gerne Fury Brot, aber... Geht jetzt ein noch weg? Aber irgendwie ist es ein anderes Feeling. Ein Prop zu spielen. Ich habe es auch mal mit, ob das Ding rauf. Hi, kommt. Das ist dann aber das Eichhörnchen mit durch. Der Raid war bis hierhin nicht so schwer. Bis zu diesem Punkt. Ab hier muss ich sagen, hat er richtig angezogen. Aber wir spielen gerade mit drei Tanks. Ja, haus weg. Das müssen wir auch. Also unsere Taktik, wir hauen jetzt mit drei Tanks weg. Die beiden sind da nebeneinander. Der Große tankt der Andere. Und dann gehen sie immer auf den Großen, wenn der so einen Enrage macht. Kriegt das Eichhörnchen? Ja, ne? Schief, scharf, kommt, Achtung. Gnönchen vorwärts hin. Eichhörnchen. Jetzt haben wir das wieder durch. Ei gehen, bitte. Bis dann. bei die beiden sterben sind beide 13 nein ei ei na weghauen haut die dinge weg gg 3 tanks leute 3 tanks und wieder healing wir haben 3 tanks genommen mit deeprod what the heck ich weiß nicht was vieles ist auf jeden fall ist da irgendwie der boss gespawnt das war eine richtig nice fight ist das ein zweihandachse doch keine zweihandachse ey was ist das denn für ein ding so viel caster loot leute caster loot caster loot aber man hat gemerkt dass kein damage reinkommt so weniger hat das gebockt das hat so gebockt dieser fight das war ein boss die lolle der shadow ja also shadow priest hat er wie viel hat er healing gehabt das ist der shadow priest leute gewirkte heilung und er hat genauso viel geheide wie der normale priest der shadow der die ist richtig doof die waffe hier will die jemand haben ich will die nicht also shadow priest hat so broken aber end boss müssen wir aber die hosen sind doch ein set teil also ist non token und token gedroppt okay der spektrum vom shadow hat gereicht da ist ja noch nur drin so oh man also wenn ihr den raid machen solltet ich kann euch drei tanks empfehlen außer ihr habt ihr seid tanky genug um zwei mobs zu nehmen ich denke nächstes mal wenn ich sofort depot gehe kann ich glaube ich auch zwei nehmen ich glaube ich hätte sofort pull dev gehen wollen ich hätte es nicht erwartet ich wäre wirklich ich wäre überrascht muss ich sagen nach meinen 30 stunden hier und jetzt noch zwei stunden end boss bitte nicht ey 8k leben hat er ja der kann wirklich nichts dieser ring ist so krass ne holy moly robo engineer ja früher hat er immer so bomben raus gespuckt und dann musst du die dinger zumachen und dann hat er gehauen eigentlich sass in seinem in seinem ding drin ähm nie atlas sud 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 und da sind die items mit drin also ja so war es damals ja aber mal pullen ja kann ich shaman buff noch ja ich würde einfach mal rein pullen ready ja dann mach kannst du mediammophose rausnehmen ja ok ja hallo sümer äh läuft super hallo da kommt ich ja ich mach go genommen ne wir gucken da mal rein was er kann einfach mal go machen einfach mal besterben hey der lümmel ok da kommt ne maschine genau die kennt man von früher das ding irgendein feuer hat er auf ihn da müsst ihr auf den knopf drücken glaube ich da vorne da ist ein roter knopf dran also ich kriege unlimited feuerstacks ne ne der dreht sich mit mir um mit dem feuer also der feuert mich an und zieht durch stimmt ja so geht es ja ja stimmt also einfach wegrennen dann da stimmt dann mach ich das ja ich wollte bedienen dir und bleib zu uns ok haben wir auf jeden Fall verstanden also der macht das feuer ding dann müssen wir wegrennen ja und dann kommt diese bomben raus und muss noch drauf drücken ist wie früher also ein bisschen extremer ja auf twitter war der ja gezeigt mit drei rüstungen oder so ne ist aber so auf jeden Fall müssen wir die erste phase zockern hm man kann auf jeden Fall sich an die Säulen verteilen oder? oder macht das keinen Sinn? aber kann eine Säule direkt wieder neu aufgehen? weil dann kann ja jeder Arrange eine Säule nehmen oder? weil wenn die nicht zweimal aufgehen dann sind die immer bedient eigentlich äh das wird auf YouTube hochgeladen also bevor ich ins Bett gehe lade ich das hier noch alles hoch wollen wir mal einen Test machen das Video ist gerade eineinhalb über eine also fast zwei Stunden lang wenn ihr das hier gerade seht auf YouTube schreibt mal in die Kommentare äh was sollen sie in die Kommentare schreiben? du Dödel du Dödel finde ich gut machte den hier ich bin mal gespannt wie viele genau diesen Part schauen du Dödel das wär ein Traum ich finde das immer so interessant wie viele Leute bis zu dieser Stelle schauen und diese Stelle dann guck mal dann guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal Du hast im Town sofort Akku gehabt. Du musst echt antecken lassen. Der muss antecken lassen in der Schattung, das ist sonst... Achtung, er dreht durch hier. Und Shaman-Buff brauche ich. Wer gibt mir solche Schellen der Boss, ne? Ich hab den Boss one-shotten bevor. Ja. Ich hab den Boss. Ach, von der Dreh wieder. Ich hab Stacks getroppt, sehr schön. Ich hab Stacks getroppt. Aber der haut mir so ne Schellen ein, ne? Achtung, dreht. Okay, der geht in die Mitte. Puh. Okay, das chillt. Ah, da kommt der neu raus. Okay, das wär die Feuerphase. Das ist Eis, oder? Genau. Aber ein Dispel. Okay. 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 Wir fangen an zuoben. du die dispel noch? ich habe resistet ja der ist knackiger wir wurden bedient, Leute ihr wurdet bedient, sagt er er war ungefähr immer bis 50 schwerer Sagen daraus, das stimmt das ist auf jeden Fall ich kann es nicht mal wieder sagen, ich bin flashed dass der Raid auf dem Niveau ist hätte ich nie gedacht never ähm, wir sind über 2 Stunden drin ich glaube so 2 Stunden 20 ungefähr aber wir gehen auch komplett ohne Wissen und so rein deswegen, wir wissen nicht so viel wir machen viel Trial and Error und testen rum und so er ist auf jeden Fall schwer für Classic Verhältnisse für Classic Verhältnisse schwer, würde ich schon behaupten auf unserem Standpunkt gerade ich bin gespannt, ob die Nerven herrn ich bin gespannt, ob die Nerven herrn ja, das Ding ist Pre-Ride-Gear du brauchst klingt jetzt doof, aber du brauchst ein bisschen Koordination ich brauch für dich ne Weile, ich bin Deep-Ride-Gear hat taunt widerstanden ihr müsst wirklich echt ne Weile warten ich mach null Akku ins Geboot er hat mir sieben Monaten angetreten ihr müsst einfach fünf Sekunden warten oder so da ich einmal Tränke rein keine Ahnung ich hab nur 8 Gold ich glaub für jede Säule eine 1 2 3 4 5 6 7 ok von Fähre auf Munkin zu wechseln vom Gear her na Gear ist komplett anderes also das wird nicht so einfach sein da musst du neue Gear dir Brand schaffen das geht nicht so leicht aber ich muss sagen selten so wenig äh so wenig selten so viel Spaß gehabt Klassik beim Raiden also wirklich das macht super super Bock 5 4 3 2 1 jetzt hab ich guten Force ich muss drehen Achtung ich muss drehen Achtung auf 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 Schade, ne? Ok, den lass ich halt stehen bei so einem Ich denke, wenn der tickt, der macht mehr Schaden, wenn ich das Ding drauf hab Noch Schämen, wenn der tickt, der tickt, der tickt, der tickt, der tickt, der tickt, der tickt Exident, da gibt mir ein Raid, wunderschön, ich kann gerade nicht, tut mir sehr leid We have enough parade Sorry Two more than that Geht er jetzt Phase nochmal? Geht er wieder Phase? Achtung, Nächster, ich nehm jetzt mal noch Anti-Gift-Poison, der sieht nach Gift aus, nämlich Geht er wieder Geht er wieder Geht er wieder Ich glaub ich muss Geht er wieder Und bleibt tot Wenn ich wollen muss, sagst du nur Ich habe gewollt. Ich habe gewollt. Ich muss mich bewegen. Dann gehen die Stacks runter. Weil ihr müsst euch durchbekehrend bewegen, glaube ich. Dann geht dieser Diva runter. Er geht mit dem. Noch eine Phase. Holy. What. Noch eine. Ich habe gar nichts mehr. Das ist wieder der Frost Typ. Ne, das ist alles zusammen. What the heck. Ich bin die Stacks. Eine Stacks-Temper. Die Stacks sind gescheθbare. Oh, nein. Das ist schon fertig. Lass mich voriz Ephraim mit einem Armut zum Grund. Ich bin ein Witz. Ich bin ein Witz. Ich bin ein Witz. Kann ich noch mal. Das ist ein Witz zu finden. Ja, mein Witz! achten wir mal feuer nerfs incoming 2 weeks das poisoning wenn er dieses spray macht kann ich mir den boden an bitte und bleibt tot ich bin wieder benny achtung renn weg renn weg wer noch tage damit ist und so ein mist rein das ging meh der da noch einer leute wird das genervt die junge alter schwede ist das ist das ein geiler raid wir wollen dass random gruppen lösen also ich habe lange nicht zum spaß gehabt aber was ist da drin der hals aber holy moly was der da richtig gepumpt also hier erzählen mann also der ist richtig knallig also hat man am anfang auch von bfd gesagt wir haben bfd so easy geklärt verglichen hier wird also vergleich das jemand bfd ich würde sagen da das sind weiten und welten unterschied das ding das ist welten unterschied junge junge wir haben den def trinket bekommen und irgendwie offen hallo youtube ja hallo youtube leute mann der rate ist down nach 31 stunden streaming we did it we did it we did it und wir haben world pass drinnen werden auch und ohne world pass auch richtig gut ohne richtiges präbe ist ohne world pass einfach reingeblattet er ist aktiv doch doch vielen dank fürs durchschauen auf youtube ja ich hoffe ihr habt spaß im raid schreibt mal in die kommentare ob der raid zu schwer ist ob ihr das findet aber ich finde ihn eigentlich sehr gut gemacht ich habe nicht so was erwartet ich hätte gedacht er wird nicht so krass sein aber gg so